Das Zusatzmodul Dokumente Pro soll der Inhalt für dieses Video sein. Wir wollen uns eben hier anschauen, wie sich das Modul Dokumente Pro von der normalen Dokumentenverwaltung in Orgamax unterscheidet. Und der wichtigste Unterschied ist dann auch tatsächlich, dass mit dem Modul Dokumente Pro eine eigene Dokumenten-Datenbank erzeugt wird, wo alle Dokumente und Dateien reinfließen, die ich in Orgamax dann eben ablege, bei Kunden beispielsweise, bei Aufträgen, Angeboten etc. Das ist ja bei der normalen Dokumentenverwaltung nicht der Fall. Da werden einfach Windows-Ordner erzeugt und mit einer Datenbank habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, meine Dokumente in Orgamax dann auch gewinnbringend zu verwalten. Wir haben hier schon mal einen Dokumentenbereich geöffnet, hier vom Kunden Alphamann AG, hier in den Details Dokumente und da sieht man auch schon den ersten Unterschied zu der normalen Dokumentenverwaltung. Wir haben hier einige Überschriften, einige Spalten und das sind eben alles Tags, Hinweise, Flaggen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, die an die Dokumente angehängt werden, wenn ich sie denn eben hier in die Datenbank einspiele. Und wir sehen auch keinen Ordnerpfad mehr hier unten, können dabei eben auch keine Ordnerpfade mehr benutzen an dieser Stelle. Alle Dokumente, die ich ablege, fließen also in diese Datenbank, egal ob bei Kundenartikeln oder eben auch Aufträgen und ich kann mir auch alle Dokumente, die ich schon mal hinterlegt habe, hier im Bereich Office und Dokumente dann auch gesammelt anzeigen lassen. Auch das ist eben etwas, was mit dem Modul Dokumente Pro dazukommt. Natürlich bei einzelnen Kunden, bei einzelnen Aufträgen sehe ich alles, was zu diesen Elementen da ist. Im Bereich Dokumente sehe ich alles. Starte ich jetzt neu mit dem Modul Dokumente Pro, erhalte ich zunächst mal hier die Abfrage. Ich fasse das kurz zusammen, ob die jetzt schon hinterlegten Dokumente in die Datenbank importiert werden sollen. Das heißt, alles, was ich bis jetzt schon abgelegt habe bei meinen Artikeln oder auch bei meinen Eingangsrechnungen, wird in die Datenbank eingespielt und natürlich dann auch den Elementen zugeordnet, die hinterlegt worden sind, beziehungsweise bei denen die Dateien und Dokumente hinterlegt worden sind. Ich überspringe den Schritt an der Stelle mal, denn ich habe hier schon eine ganze Menge Dateien und Dokumente eben drin. Hier sieht man, bei diesen ganzen Elementen kann ich Dokumente ablegen. Hier sieht man es wirklich mal in der breiten Übersicht. Das sind eine ganze Menge Bereiche und das kann natürlich, wenn ich sehr viel mit Dokumenten arbeite und auch sehr viel mit zusammenhängenden Elementen, Aufträgen, Projekten zum Beispiel, Eingangsrechnungen, Lieferanten etc. unübersichtlich werden. Mit diesem Modul habe ich da diverse Möglichkeiten, die wir uns auch gleich nochmal anschauen, Dokumente an verschiedenen Stellen anzeigen zu lassen und trotzdem nur einmal im System zu pflegen. Hier in dieser Auswahl sehe ich jetzt alle Dokumente, die bis jetzt hier im System hinterlegt worden sind. Zahlungen bei der Kasse, bei Angeboten, bei Aufträgen etc. Und in dieser Ansicht werden wir später auch nochmal herausfinden, wie wir Dokumente wiederfinden und auch aus Augamax wieder heraus exportieren können, wenn wir dann zum Beispiel mal Daten aus dem Rechnungsarchiv an unseren Steuerberater geben wollen. Was wir bei dem Modul Dokumente Pro auch mit einbinden, sind nicht nur die normalen Bereiche, die wir sowieso auch in der Standardausführung mit Dokumenten belegen können. Hier gibt es auch nochmal einige Bereiche, die hier mit inbegriffen sind, wie zum Beispiel das Rechnungsarchiv. Es fließt also jetzt nicht mehr wie in der Standardausprägung in einen Ordnerpfad Rechnungsarchiv, sondern es wird gleich mit in die Datenbank mit aufgenommen, sodass alles an einer Stelle versammelt ist. Ich habe auch die Übersicht hier über erzeugte Mahnungen. Auch die fließen jetzt in die Datenbank mit ein. Ich kann mir die hier dann komplett anschauen, die erzeugt worden sind und auch gegebenenfalls noch einmal heraus exportieren. Und ich habe auch noch einen Dokumentenbereich für die POS-Kasse, für zum Beispiel Kassenberichte, die erzeugt werden. Auch die werden gleich mit in die Datenbank reingespielt. So habe ich wirklich alles an einem Platz, was an Dokumenten hier in Orgamax erzeugt wird. Schauen wir uns das Ablegen von Dokumenten und Daten einmal an. Hier in unserem Beispiel der Alphamann AG. Im Prinzip unterscheidet sich das im ersten Schritt nicht großartig von der normalen Dokumentenverwaltung. Auch hier ist es so, dass ich bei Kunden, bei Artikeln, wo auch immer, meine Dokumente hinterlegen kann. Ich ziehe mir einfach die Datei von meinem Speicherort hier herüber und bekomme dann eben diese Maske. Und das ist dann eben der Hauptunterschied. Hier kann ich jetzt einige Daten zu diesem Dokument, zu dieser Datei verändern. Ich kann zum Beispiel den Dateinamen verändern, der in Orgamax dann angezeigt wird. Der Dateiname selbst bleibt natürlich vorhanden. Die Bezeichnung kann ich aber ändern. Der Hauptverweis ist immer das Element, zu dem ich das Dokument als erstes sozusagen hinterlegt habe. Hier habe ich es beim Kunden hinterlegt. Deswegen ist der Hauptverweis ja auch auf den Kunden gesetzt. Ich kann über den Abschnitt Verknüpfungen auch Sekundärverweise setzen. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. Der Dokumententyp, den kann ich hier auswählen. Da gibt es eine ganze Reihe, die Orgamax mitbringt. Ich kann jederzeit über das Zahnrad auch weitere Dokumententypen hinterlegen. Das kann man ähnlich sehen wie Artikelkategorien oder auch Kundenkategorien, sodass ich auch die Dokumente vom Typ her später sauber unterscheiden und auch filtern kann. Wählen wir die mal aus. Dokumentendatum hinzugefügt am Sachbearbeiter und damit haben wir das Dokument schon hinterlegt quasi. Mit OK fließt es in die Datenbank ein und ich sehe es dann hier im Detailbereich des Kunden. Jetzt habe ich gesagt, über den Hauptverweis wird das Dokument immer mit dem ersten Element verknüpft, zu dem ich das Dokument ablege hier in Orgamax. Über Sekundärverweise kann ich es auch an anderen Stellen sichtbar machen. Beispiel, wenn wir ein Dokument zu einem Angebot dieses Kunden zum Beispiel hinterlegen. Wir haben den Kunden hier, da ist das Angebot und hier hinterlegen wir jetzt mal eine Datei. Schauen wir mal, welche Datei wir hier nehmen. Wir nehmen einfach mal diese Datei, ziehen die hier rein, füllen die entsprechenden Dateien beziehungsweise Namen und Elemente. Hinterlegen das hier eben schnell. Jetzt haben wir das bei dem Angebot angelegt. Das Angebot ist aber mit dem Kunden verknüpft und hier haben wir schon einen automatischen oder einen automatischen Sekundärverweis. Orgamax weiß ja, dass das Angebot mit dem Kunden verknüpft ist und zeigt uns das Dokument jetzt eben auch in der Dokumentenansicht des übergeordneten Kunden. Hier in der neuen Kategorie Angebot. Das heißt, egal wo ich ein Element, eine Datei zu einem mit einem Kunden verknüpften Element ablege, wird es automatisch quasi in der Ebene darüber auch angezeigt. Angebot, darüber hängt der Kunde, deswegen wird es vom Angebot zum Kunden angezeigt. Wenn ich ein Angebot zu einem Projekt ablege, wird das Dokument nicht nur beim Angebot angezeigt, sondern auch im darüber liegenden Projekt. Und so habe ich eben eine automatische Zweitverknüpfung direkt mit dabei, wenn Orgamax eben weiß, oh, darüber liegt noch ein weiteres Element. Zusätzlich kann ich auch nochmal im Dokument selber hier in der Erfassungsmaske selber manuelle Verknüpfungen auch setzen, wenn ich zum Beispiel nicht nur beim Angebot diese Datei eben sehen möchte, sondern eben gegebenenfalls auch zu einem Auftrag, der aus diesem Angebot erzeugt worden ist beispielsweise. Das heißt, wenn wir hier mal schauen, nehmen wir einfach mal diesen Auftrag, verknüpfen das hier einfach mal, bestätigen das, dann sollten wir das eben auch bei dem entsprechenden Auftrag zu dem Kunden dann sehen. Natürlich habe ich mir die Nummer jetzt nicht gemerkt, deswegen werden wir es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schnell finden. Da ist es. Ja, das heißt, ich habe das Dokument jetzt einmal liegen in der Datenbank, habe es aber jetzt schon an drei Stellen sichtbar. Und das ist ein ganz großer Vorteil, den ich eben mit dieser Dokumenten-Datenbank habe. Ich führe nicht doppelt und dreifach irgendwelche Dokumente irgendwo, sondern ich führe sie einmal zentral in der Datenbank und kann sie an beliebigen Stellen eben sichtbar machen. Das ist natürlich ganz vorteilhaft. Gerade wenn auch im späteren Verlauf mal so eine Datei geändert wird, ich kann ja jederzeit diese Datei hier auch öffnen, entweder indem ich sie hier mit Doppelklick anklicke und dann hier eben mit dem Öffnen-Knopf dann tatsächlich öffne, gegebenenfalls hier was anpassen. Wir können ja einfach mal die Farbe anpassen. Jetzt speichern wir das Dokument, können das schon mal schließen. Und dann wird mir auch mitgeteilt, sobald ich versuche, das Dokument wieder abzulegen. Sie haben Änderungen vorgenommen. Wollen Sie die Änderungen übernehmen? Jawohl. Und dann werden diese Änderungen in der Datenbank abgespeichert. Wir können jetzt noch mal zurück zum Kunden gehen. Hier ist ja die Datei, die wir gerade gehabt haben und da sind die Änderungen jetzt auch mit drin. Das heißt, auch eine nachträgliche Änderung anpassen von Dateien, ergänzen von Listen ist da eben jederzeit möglich. Und so kann ich eben diese Informationen jederzeit hier wieder ins System zurückspielen. Einfach in der Dokumentenbearbeitung auf Speichern gehen, bestätigen. Änderungen werden nicht automatisiert. Aktualisiert. Möchten Sie das bearbeite Dokument nun übernehmen? Jawohl. Und damit ist es dann auch schon wieder drin. Jetzt habe ich das natürlich hier exemplarisch an Kunden und Aufträgen gezeigt. Das geht natürlich auch ganz im Speziellen bei Eingangsrechnungen, bei Bestellungen, bei Projekten an jeder Stelle, wo ich hier die Dokumente eben habe. Andersrum kann ich natürlich die Dokumente auch jederzeit wieder aus der Datenbank herausholen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Datei lokal ablegen möchte oder an anderer Stelle verwenden möchte, kann ich mit der rechten Maustaste draufgehen und kann zum Beispiel sagen, ich möchte mir dieses Dokument, diese Datei jetzt einmal exportieren, also als Datei irgendwo anders weiterverarbeiten. Ich klicke drauf, komme dann in einen temporären Pfad, der hier angezeigt wird und hier wird dann eben dieses Dokument angezeigt. Ich kann es mir von da aus irgendwo anders dann hinlegen. Andersrum kann ich das Dokument auch direkt hier an eine E-Mail anhängen, sodass ich das Dokument direkt auch per E-Mail versenden kann. Das geht natürlich dann auch hier im Dokumentenbereich. Klassisches Beispiel, ich möchte mal einige Eingangsrechnungsbelege an meinen Steuerberater senden. Dann würde ich natürlich hier zunächst mal wechseln in den Abschnitt der Eingangsrechnung. Da habe ich natürlich jetzt glücklicherweise keine Dokumente liegen. Wir zeigen es einfach mal hier in den Zahlungsbelegen. Und wenn wir sagen, wir möchten gerne diese ganzen Belege mal rausholen aus der Datenbank und zum Beispiel den Steuerberater senden, kann ich mir die hier markieren. Kann sie natürlich vorher auch nach Datum, nach Dokumententyp, nach beliebigen Kriterien filtern, sodass ich genau die Belege da habe, die ich dann auch brauche. Rechte Maustaste per E-Mail versenden. Es öffnet sich eine E-Mail und die Dokumente hängen eben dran und ich kann sie sofort dann auch entsprechend versenden. Genauso geht der Export hier an der Stelle auch. Wir sehen das hier. Auch da werden wir wieder in einen temporären Pfad geleitet und können die Dateien von dort aus dann an andere Stelle verschieben. Der temporäre Pfad wird beim Orgamax schließen, dann auch wieder gelöscht. Spätestens wenn ich den Rechner runterfahre und wieder neu starte. Darüber haben wir dann eben auch die Sicherheit, dass die Dateien nicht irgendwo liegen bleiben und die Festplatte dann irgendwann voll ist. In dieser Dokumentenansicht, die wir hier haben, haben wir ja schon gesehen, wir können nach den speziellen Orgamax-Elementen hier zumindest mal vorfiltern, gerade wenn wir eben, wie im Beispiel erwähnt, die Eingangsrechnungen oder die Belege zur Eingangsrechnung haben möchten, klicken wir die entsprechend hier an und dann haben wir schon mal die vorgefilterten Elemente. Wir haben hier oben noch weitere Filtermöglichkeiten, dass wir eben auch hier sagen können, zeige uns aus diesem Bereich jetzt bitte alle Referenzen, alle Vollmachten, alle Zeugnisse und dann kann ich immer weiter einschränken, so dass ich wirklich genau die Dokumente dann hier vorfinde, die Dateien, die ich auch eben tatsächlich brauche. Und das wäre mal so ein kleiner Überblickseinstieg in das Modul Dokumente Pro.